Oh, Matze! Bordelt, ruhig bleiben! Ja, die werden schon die Schitte ab, keine Sorge. Die müssen extrem nah sein, so wie es sich sagen wird. Oh je, wir wurden getroffen. Ja. Das sind die Spassen. Wir sind gleich hinter uns ein. Zauber. Der ist halt viel schneller als wir. Schieß doch, Matze! Ja, ping ping ping! Du kannst in ihn reincraschen. Oh, er crasht ihn, er crasht ihn. Kann das sein? Nee, er hat ihn. Schade. Passt. Muss man Speed draufkriegen? Jawohl. Ah, scheint kann auch nicht so gut fliegen. Die Frage, wer mehr Benzin hat. Naja, eben. Irgendwann haben die auch keine Munition mehr, ne? Irgendwas mal drauf an. Ja. Wir fliegen mal durch Wakuta, wenn er nicht crasht ihn da irgendwo. Wie bitte? Wir fliegen mal durch Wakuta, wenn er nicht crasht ihn da irgendwo. Ja. Ja. Siehst du ihn? Ja. Er ist über uns. Hinter uns. Unsere 6. Sauber. Rechts. Der hat so einen Schwein, dass wir nicht schießen können über uns. Oh je, der hat Mühe. Ja. Ich sehe halt gar nichts, kann er nicht nur fliegen können. Nee, flieg einfach nur. Er ist tiefer als wir. Ja. 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 Jawoll, jetzt flieg nach rechts wieder zurück in die Richtung, in die wir kamen. Hey, ich versuche ihm mal eine Kriste abzuhängen. Vielleicht sieht er uns nicht. Nee, der ist schneller. Auf geraden Strecken holt er uns wieder. Wir müssen uns versuchen irgendwie anders einen Vorteil zu verschaffen. Guck, er holt auf. Ja. Der crasht in uns rein. Naja, knapp. Oh, jetzt hat's gescheppert. Jetzt hat's gescheppert. Jawoll. Oh, yes. Yes. Oh, ha ha ha. Sauber. Ha ha ha. Ronald, sehr gut. Ha ha. Ich hab's gescheppert, man.